Wie das geht, aber ich bin jetzt schon zu faul. Kennst du die einfachste Glock eigentlich? Ja, ich glaub schon. Ich krieg das immer durch Zufall hin. Sag mal. Nein, ich klasse es jetzt nicht. Ja, weil du brauchst dafür... Nächste Folge. Du brauchst dafür nämlich nur ne Redstone Torch. Ja, ist das Ding da. Das da... Nicht Dispenser. Das da hat Signal verstärkt. Piston? Ein Signal verstärkt. Repeater? Einen Repeater, genau. Und einen Redstone und einen Stein. Ich weiß, wie man einen macht mit zwei Repeater und Redstone. Mehr brauch ich nicht. Und ne Redstone Fackel halt. Zum Mann machen. Ne, 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 noch ernsthaft. Viel, viel einfacher. Mach den Repeater. Ne Redstone Torch und... Und Redstone. Dann machst du einfach die Redstone Torch. Knallst du an den Stein. Dann brauchst du den Repeater. An den Stein. Dass er in den Stein reingeht. Und machst den Repeater auf Slow. Das ist halt langsam. Das ist halt auf das Zweier- oder Dreier-Signal macht. Also langsamer eben. Und dann verbindest du die... Dann verbindest du einfach die... Die Torch mit dem Dispense... Oder mit dem... Mit dem Verstärker. Aha. Ich bin wieder da. Ich lebe wieder. Alter, gibst dir. Ich lebe wieder. Hi. Ich gehe zu meiner Festung, wo ich tue schon mal Boden reinziehen. Weil da kommt Quarz als Boden rein. Habe ich gerade spontan beschlossen. Darf ich das noch machen? Dann können wir beenden. Äh. Ähm. Ja. Hä? Ich dachte, du hättest Never... Äh. Never... Ähm. Ziegel gemacht. Ja. Habe ich. Aber die seid ja schon fast alle verbraten. Ja. Nee. Ich habe in meiner Truhe noch sieben... Äh. In Arschvollstecks. Ja. Die habe ich mal ganz... Konnt gelassen. Hattest du keinen Bock drauf? Ja. Hattest du keinen Bock drauf? Ich wollte hier einfach anfangen zu bauen. Und wollte nicht immer wieder hin und her rennen. Heißt. Ich werde sowieso demnächst hier irgendwann alle sauviel nach unten hier umbringen. Drei Gastränen. Zack, zack. Uuuuh. Ich habe einen edlen, äh, Flocati-Boden. Aus Marmor. Na, ich habe einen Marmor-Boden, ihr Bitches. Jetzt bin ich der rich motherfucker. Hier wohnt der Baba. So, soll ich das mal sagen? Natürlich reicht es mir nicht aus. Ich habe dein Quarz verbraten und es reicht nicht aus. Gut, Leute, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr lang an. Also, ihr könnt schon mal so langsam zurücklehnen und sagen, Oh, nein, nein, ich will noch eine Folge. Nein, ich will noch 50 Folgen mindestens aufnehmen bis übermorgen. Na, na. Ja, das ist, keiner, der sagt das immer. Doch. Wart noch, ich muss in mein Haus, muss in mein Haus, muss in mein Haus. Ja, jetzt sind direkt noch nicht, ich habe noch nicht mal, äh, noch nicht down geschattet. Down geschattet. TNT-Bogen, wie geht es denn eigentlich den Hühnern? Keine Ahnung. Hast du, hast du die Eier schon wieder reingeklattet? Du musst schon auf den Knopf drücken, ne? Jetzt war mir zu blöd in der Sekunde. Ach so, da ist doch keine Glock dran, ne? Jetzt war mir immer noch zu blöd. So, ich schaue noch kurz durch, was ich noch alles habe. Auf jeden Fall haben wir schön jetzt langsam, mittlerweile haben wir das Essensproblem auf die Reihe gerichtet. Ach, weißt du was? Während wir noch warten, tue ich ein bisschen meiner Mine, die nach unten führen soll, weiterfarmen. Sag's bitte zu circa 10 Sekunden, bevor du den Server herunter machst. Bescheid, ne? 10 Sekunden? Es ist 22.36 Uhr, wer ruft bitte jetzt um die Uhrzeit noch daheim an? Bei mir. Logisch. Oh, 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 ich wollte noch Spitzhack entchanten. Wünsch mir Glück, wünsch mir Glück, wünsch mir Glück. Äh. Ja, Mann, Peppy. Boah, das kotzt an, weißt du? Peppy, nehmt ihr den, 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 ähm... Im Chanting Table. Im Chanting Table und dann macht er, liegt er nicht wieder hin. Wut, 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 Höhle! Haben wir Leder? Oder hast du Leder? Oh, jetzt genau, jetzt finde ich noch eine Höhle. Ja, ich habe Leder in irgendeiner Kiste. Müsste in der, hinten, links sein. Ich muss mir jetzt nämlich, ähm, da. Wunderbar. Er hat das perfekte Anti-Creeper-Schwert, wenn man da drauf. Wunderbar, Crafting-Dings. Oh, geil! Ja, er war da. Sharks einfach. Da, ein Büchlein habe ich jetzt. Ich finde es echt toll, wie du aufpasst. Du bist gefragt, ob irgendwas los ist. Und du so... Äh. Ja, ich habe es halt nicht gesehen. Und im Endgame noch von der Spinne erschlagen werden. Das ist peinlich. Vor allem im Endgame. Ich farm gerade noch Eisen. Haltbarkeit, Effizienz, ähm, Behutsamkeit. Bullshit. Boah, das ist schillig. Ich habe hier noch voll die schöne Mine gefunden. Ah, nervt das. Hashtag läuft. Zwei Diamantspitzhacken Enchanted sind. Wurde er schon wieder von der Spinne erschlagen, oder was ist los? Hashtag läuft bei denen. Moment. Hashtag läuft bei Drago. Bis zum nächsten Mal habe ich dann noch Inventory Tweaks drauf. Was ist das? Äh, dass man Inventar sortieren will und automatisch sozusagen ich vielleicht ein Standard-Equip, das ich habe, irgendwie da hinräumen kann und so. Es ist halt einfach sehr schön, um Kisten zu sortieren. Mehr nicht. Noch eine Minute. Yay! Alter, habe ich ja gerade einen Creeper noch in den Luft gesprengt. So gut das Creeper das Creeper aus ist, ne? Ja. Also ich warte es mal noch, bis es zu Ende ist. Also. Weißt du was? Ich gehe schon mal auf den Homegirlschirm und schon mal Verabschiedung machen. Heißt, Leute, die, die bei mir gucken. Du bist schon rausgelockt worden. Ja, ich bin rausgegangen. Ich würde sagen, Leute, für die, die bei mir gucken, bis zum nächsten Mal und hau da rein, ne? Bei mir genau gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Allesamt, ihr seid hässlich und ihr habt die Zuschauer, die wir haben. Machen wir nochmal neu, würde ich sagen. Das ist die Abonennation von Julian. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge, äh, Spezialfolge. Was heißt Spezialfolge? Spezialrunde, ähm, Season 2. Ähm, wir sind heute nur sechs Leute, weil uns zwei verlassen haben. Blackie macht, äh, hat letztes Mal auch nicht mehr gemacht und Peppi hat auch keinen Bock mehr. Äh, ja, er hat keinen Bock mehr. Nachdem ich Geryn gerappt habe. Genau, da kann ich bei Jan gut sagen. Und, ähm, ne, lag an Jan. Ja, lag einseitig an mir. Jan natürlich, ja. Geht den mal hate. Warte mal. Ähm, und wir haben uns gesagt, wir machen uns einfach zu sechs. Minimal, mindestens mit sechs Leuten weiter. Warte mal kurz. Ähm, ich war grad so inzillent und hab gerade... Streamst du schon wieder? Nee, streamen tue ich nicht, aber ich muss gerade mal ganz kurz, äh, das auf mein Großmann-Ranner. Also, wir gehen auf jeden Fall, wir gehen in, äh, wir teilen uns mal wieder in, wir teilen uns mal wieder in Gruppen und, ähm, ja, ich bin bei Tiberius und Julian heute dabei. Oh, hallo. Äh, was, seit wann? Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Wer hat dir das erlaubt? Genau, was machst du hier? Äh, wir haben das eben gesagt. Einen Scheiß? Ja, das ist nicht gewohnt. Hahaha. Buh. Ich hab halt den Schreck, ne? Ja, ganz heftigste. Ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Irgendwie haben wir den Schweinlaufen frei rum. Was? Töte die Schweine! Sie haben Kenny getötet. Ich hab vor demnächstes Mal so ein paar Food-Challenges zu machen. Ja, hau auf. Food-Challenges? Ja, wie, es gibt gleich ne Challenge, äh, 30 Bananen unter 15 Minuten essen. 30 Bananen? Ich krieg die nicht, ich krieg die nicht mal so rein. Die Frage ist, wo kriegst du die nicht so rein? Ähm, es gibt ne richtig ekelhafte, Nico. Die ist todes-eklig. Hier ist ein Huhn im Never. Möglicherweise unsers. Es gibt ne richtig eklige Challenge, weißt du welche das ist? Zimt. Nein, 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 die geht noch. 2 Liter Sprite und 2 Bananen dazu. Gleichzeitig. Äh, das schäumt doch. Nein, 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 nicht nur das, du kotzt davon abartig. Ja, weil schäumt. Ey, was ich noch machen werde, ist zum Beispiel, ähm, 3 Liter Milch weghauen. Da kotzt du auch, wie so. Alter, ich krieg, ich krieg, ich krieg so viel, so viel Flüssigkeit krieg ich nicht mal in mein, in meinen Magen rein. Da kotzt ich allein vom, vom Inhalt her. Äh, was es auch noch gibt, ist ne Challenge, oh fuck. Naja, Kubi ist ja mal mega fortgeschritten, ey. Der geht ja, der geht ja megamäßig ab. Da, was es auch sonst noch gibt, ist zum Beispiel die Challenge. Äh, glaub, 1,5 Liter Bier in Shots zu trinken. Was? Oder einfach, ne, einfach nur 100 Bier Shots. Das ist doch eigentlich nur Schaum, oder? Ne, ne, schon Bier, also du musst es einfüllen, das darf nicht mehr schäumen. Ah, okay. Okay. Problem ist, durch die Shots wird der Alkohol irgendjemandes umgesetzt und es ballert dich so weg eigentlich. Also, wenn ich kleine Züge davon nehme, dann, dann bin ich dichter, oder wie? Ja, scheinbar schon. Okay. Alkohol, Alkohologik, weißt du? Hat sich das Gehirn gedacht, oh, guck mal, das sind kleinere Dinger, da musst du schneller high von werden. Okay, warte, ich muss die kurz umstellen. Das ist wie mit ner Bong. Nimmst die kleinen, ähm, Buttbombs, bist du auch schneller drauf. Okay. Das ist echt so. Die Dinger ficken dich aus den Latschen, die sind pervers böse. Hä, und wenn Julian sagt, die ficken dich aus den Latschen, dann muss das was heißen, ne? Mhm. Ja, ja, der kennt sich aus. Ey, Nico. Ich hab einen Ghast gehört, Alter. Wir haben den Schatz in Berlin gezogen. Du glaubst nicht, wie ich das Zeug umhaut. Ich mein, du bist nach zwei Zügen weg. Ja, ja, Berlin. Du weißt nicht mehr, wer vorne und hinten ist. Das schaff ich aber auch mit Alkohol. Ja, von Alkohol musst du kotzen irgendwann. Ja, du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Wie zielt denn der und wohin zielt denn der? Ach, der ist da. Komm, los, ey. Battlen uns Ghast, ey. Komm her, ne? Gib dir. Alter, ich hab den gekillt. Alter, ich hab den gekillt. Alter, was für ein Vollidiot, ernsthaft. Weißt du, der, der, der Ghast fliegt Richtung Boden. Und dann konnte ich ihn halt mit dem Schwert killen, mal wieder. Hammer easy. Gut, also was macht ihr jetzt? Ich? Ich level grade. Ich baue grad Holz ab. Ah, okay. Also ich chill grad im Nether und level grad. Jo, chillen im Nether ist immer cool. Ja, es macht voll Spaß. Weißt du, meine Lieblingsbeschäftigung. Na, na. Oh, okay. Du hast das Gefühl in die Konne. Ja, weißt du, so rotes Zeug, da fühl ich mich mega wohl. Verstehst du doch, oder? Ja, frag mal deine Freundin. Ja, das, genau, wollte ich anspielen. Okay. Ja, das Geräusch. Genau dieses Geräusch. Weißt du, Tiberius versteht uns, gell. Keine andere, aber Tiberius, der, der weiß genau, der, 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 der hat den perfekten Sound drauf. Was, was, was Sache ist, einfach. Er hat nen nackten Mann als Skin, was erwartest du? Ernsthaft? Ich glaub, der hat mein Skin noch nicht gesehen. Nein, ich hab ihn noch nicht gesehen. Komm mal her, du Schwein. Ich hab dich jetzt auch noch nie gesehen. Ja, sag bloß ich dir auch nicht. Ich hab dich mit dem Bogen einmal getötet, aber ich hab dich noch nie gesehen. Mich? Hast du nicht getötet? Nein, ich hab Tiberius einmal getötet. Echt? Okay. Ich dachte mal. Ah ne, warte mal, das war, das war, das war, das war Alex. Ich hab, äh, ich hab zu spät geschossen. Und zwar langweilig und wir sahen dich im, im Tor da so drinstehen, als die Lava da noch drin war. Äh, und haben gesagt, komm lass mal draufballern, wer als erstes killt und dann hat Alex halt, äh, leider den, den Todespfeil früher abgeschossen. Mhm, okay. War voll der geile Sport. Sorry nochmal, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also, hättest du es nicht gesagt, würde ich es dir jetzt nicht übernehmen. Würdest du mich jetzt nicht töten wollen. Richtig. Also nicht aus Liebe und so, ne? Ja, aus pure Nächstenliebe. Scheiß auf Nächstenliebe, ernste Liebe. Harte Liebe. Harte Liebe. Oh ja, harte Liebe. Harte und Ernst. Sie mit dem Plakat nicht wills ernst. Ich wills liebevoll. Ich wills hart. Wie war das? Liebe den Nächsten, wie wenn du dich lieben würdest oder irgendwie sowas? Ah, wie war das? Klaut die rechte Hand ins Gesicht? Ja, so nach dem Motto. Ich fing gar nicht, ich wüsste. Also zumindest hat das was mit der rechten Hand zu tun. Oder der linken. Je nachdem, auf was man steht. Alter, WTF. Ich verwende gerade die Peppy-Level-Technik. Die Peppy-Level-Technik. Die Peppy-Level-Technik. Die Peppy-Level-Technik. Wie lange nehmen wir schon auf, grob? So... Plus, Minus, 5 Minuten, 6 Minuten, 7, 8. Keine Ahne. Ich bin jetzt schon von Level 1 auf Level 24. Was ist das für ne Level-Technik? Der Nether-Quad-Farm. Ah, okay. Ach, das Zeug gibt der jetzt. Ach, aah. Mega viel Level. Das ist viel zu krass, wie viel XP das gibt. Cheatig.